Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die faule Zeit, die ich in den letzten zwei Wochen am Pool verbrachte und dabei die Kids im Blick behalten musste, tatsächlich sinnvoll genutzt. Ich habe gelesen, ich habe mir vorlesen lassen und dabei einen aktuellen Überblick bekommen, was gut funktioniert, um Webtexte in Sprache zu verwandeln.